Wer denkt sich denn sowas aus? Dieses Jahr ein sehr interessanter Song. Es geht in dem Song ja darum, sie steht auf dieser Straße und sie fragt sich drei Minuten lang die Frage, die wir uns alle stellen. Weiß und breit ist kein Auto, aber es ist rot. Gehe ich über die Straße oder gehe ich nicht über die Straße? Wird sie da gesponsert von ihren Schuhen? Die habe ich jetzt schon ein paar Mal Großaufnahmen gesehen. Oh, das müsste aber dazu geschrieben werden. Ja, also. Ja, Gully ist verstopft. Das ist hier wie am Fischmarkt, wenn es mal ein bisschen flutet. Das können wir uns hier auch nicht runterkriegen, wenn es so ein bisschen Flut kommt. Hoffentlich kommt nichts Großes mit. Oh, this is so apocalyptic. The water is rising and I do not see Noah's Ark. Die Kacke ist richtig am Dampfen da in Athen. Ja, der Zustand ist kritisch. Der Zustand ist kritisch. Der Zustand ist griechisch, würde ich schon fast sagen. Badum. Ah, ist doch. Norddeutsches Grill, würde ich sagen. Oh, oh. Tu es nicht. Schöne Arschbombe jetzt rein. Das wäre jetzt doch schön, wenn sie jetzt so richtig so eine Arschbombe so machen. Was war der Pegasus? Pegasus. Springst wieder runter und landet jetzt auf dem Pegasus. Guck mal, das ist das schwarze Pferd in diesem Jahr. Das ist das Dark Horse. Oh, das ist aber smart. Alina, gut aufgepasst. Das muss ja irgendwann diesen Moment gegeben haben, wo so Redakteure da sitzen. Ey, ich habe die Idee. Sie springt auf Pegasus, um jetzt in einen Leuchtstoffröhren behangenen Himmel zu reiten. Einmal durch die Lichterabteilung im Baumarkt gedüst. Und dann muss irgendjemand ja gesagt haben, der das Geld verwaltet, muss ja gesagt haben, das ist es. Krass aufwendig, ne? Sehr aufwendiges Video. They're kind of taking elements of Greek mythology from Atlas here, looking very chiseled. Wissen viele nicht. Ich war Vorbild für den Herrn. Wirklich? Ja, ich stand quasi, die haben nur sein Gesicht nachher noch drauf gemacht. Ja, ist er wieder von Kontopoulos, diesen griechischen Volkskomponisten gemacht, der er große Zeiten beim ESC hatte, zweite und dritte Plätze, erste glaube ich nicht. Und ich habe langsam das Gefühl, dass der Kontopoulos genauso wie der alte Ralf Siegel irgendwann den Anschluss an den Zeitgeist verloren hat. Das war sie ja auch mit hier Supergirl. Mhm, ich merke mir sowas. Das ist halt so das beste Beispiel irgendwie, wie man es so verschlimmbessern kann. Ein nettes, schönes Video. Ich glaube, der Song war jetzt, wir haben Schlechteres gehört auf jeden Fall. I love this feel. 1980s, updated for today. Das klingt wie eine schöne Pop-Mainstream-Nummer, die im Radio richtig gut laufen wird. Sie ist jung, sie ist modern, sie hat eine Natürlichkeit, sie hat eine irre Atmosphäre in ihrer tiefe Stimme, die besonders bei so einer jüngeren Frau so sehr reizvoll ist. Sie hat aber auch Power oben. Stefania, die kann ja gut singen, aber für mich, sie ist keine ausgereifte Künstlerin, wo ich jetzt mir irgendwie denke, sie kann... Sie ist jüngst für dieses Jahr ja immer noch. Ja, letztes Jahr ja auch schon. Und ich finde, sie hätte noch zwei, drei Jahre warten können. Also für mich wirkt das alles noch so ein bisschen wie Junior-Univision. Ich glaube, es ist noch nicht ihre Zeit. Das kann man gut weghören und das muss man erst mal schaffen, finde ich. Das muss man erst mal bringen. Das in der Kombination mit der Tatsache, dass dieses Tanzbarkeit für die Generation in den Refrain kommt. Und ich glaube, die Welt sehnt sich nach Tanzen gehen und Abfeiern und Party. I think right now, during the pandemic, people are aware of the notion of a last dance, a last chance to live, to thrive, to survive. So many people have lost so many things and indeed people. And this song really captures that sense of we've got to make the most of our time. Für mich hat sie richtig gute Chancen. Ist überhaupt nicht mein Geschmack, aber ich kann mir vorstellen, dass die Nummer weit kommt. Ach, schön. Mensch, also sag doch auch mal, was ich dachte, du nimmst das. Ich dachte, du sagst jetzt. Ja, stimmt, ist mir auch aufgefallen. Das ist sehr schön hier. Die ist schön. Ja, vielleicht bin ich auch, muss man jetzt auch mal sagen, vielleicht bin ich auch einfach mal zu alt dafür. So, war ganz, war ganz okay. Ich würde den mit dem Top Ten, glaube ich, gönnen. Video finde ich gut, Song eher so mittel. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Gut gesagt, Alina. Aber was ich schön finde, am Ende gibt es das Happy End und Stefania geht über die Straße. Ist das schön.